Nur drei Tage nach ihrer Hochzeit steht Rebekka Lehnhoff aus Berlin bereits vor den Scherben ihrer Ehe. Ein Unbekannter hat in der halben Stadt Flyer verteilt, auf denen die 28-Jährige im Bikini und mit ihrer Handynummer abgebildet ist. Zudem hat irgendjemand ihrem Ehemann Marco vermeintlich zweideutige Fotos zugespielt, die Rebekka mit ihrem Anwalt Floristan Güldings zeigen. Herr Göring, darf ich reintreten? Ja, natürlich. Was ist denn los? Sie werden es nicht glauben, diese Bilder lagen heute bei uns im Briefkasten. Von uns wurden gestern Bilder gemacht und Marco denkt jetzt, wir haben was miteinander. Das ist doch absurd. Sagen Sie mal her. Na ja, also das kann ich nicht ganz verstehen, die Reaktion von ihrem Mann. Ich meine, das ist doch eine relativ harmlose Situation gewesen. Aber gut, vielleicht ist es auch genau der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Nee, danke. Also doch, ja, so ein Schluck Wasser wäre gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann Marco das schon verstehen. Er ist halt unsicher. Und jetzt redet er kein Wort mehr mit mir. Naja, also ungeachtet der Überreaktion ihres Mannes steht eins auf jeden Fall fest, nämlich dass das Ganze hier System hat. Ich meine, ich kann das ja wohl am besten beurteilen, dass in dieser Situation in der Bar, dass sie mir ja nur helfen wollten. Das heißt, irgendjemand hat das wirklich drauf angelegt, sie genau so abzulichten. Ich habe genau darüber auch schon nachgedacht. Das macht mir echt Angst. Also irgendjemand scheint hier systematisch ihre Ehe zerstören zu wollen. Aber wer macht denn sowas? Das ist genau die Frage. Und ich glaube, dass der Typ, der mir das Wasser über das Hände geschüttet hat, dass der Teil der Inszenierung ist. Das ist doch absurd. Ja, zumindest gehört eine ziemlich große Portion Bushaftigkeit dazu. Das ist schon mal klar. Aber wissen Sie was? Da werde ich mal vor Ort hinfahren und mal in Erfahrung bringen, wer dieser Typ ist. Das ist echt lieb. Danke. Können Sie denn irgendwo unterkommen in der Zwischenzeit oder können Sie wieder zurück nach Hause? Ja, ich habe schon mit meiner besten Freundin Jule telefoniert. Die nimmt mich erst mal auf. Ja? Vielen Dank. Gut, dann lassen Sie es uns einfach gehen. Um herauszufinden, wer hinter der Schmutzkampagne steckt, macht sich Floristan Goedings auf den Weg in das Café, in dem Rebecca mit ihm fotografiert wurde. Der Anwalt will wissen, wer der Fremde ist, der ihm das Glas Wasser übergeschüttet hat. Vielleicht kann die Bedienung. Hallo. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Herr Rechtsanwalt Goedings, ich war gestern hier im Café bei Ihnen und da haben Sie doch auch gearbeitet, oder? Ja, wieso? Haben Sie was liegen lassen? Nein, das nicht. Ich saß hier, wie gesagt, und dann kam dieser Mann vorbei und... Ach, der Herr, der Ihnen das Wasser über das Hemd gekippt hat? Ganz genau, richtig. Jetzt wollte ich mal fragen, kennen Sie den vielleicht? Nee, ich bin nur zweimal die Woche hier. Da ist es immer schwer, sich sowas zu merken. Gibt es vielleicht irgendwie eine andere Möglichkeit, um an den Namen heranzukommen? Wieso? Soll er Ihnen den Anzug bezahlen? Nein, das wirklich nicht. Es ist vielmehr so, dass es um meine Mandantin geht. Und da wäre das schon sehr wichtig zu erfahren, wie der heißt. Das klingt ja sehr geheimnisvoll. Ach, der hatte so einen ganz lustigen Namen. Weil der hat nämlich mit Karte bezahlt und wo er dann unterschrieben hat, da musste ich ein bisschen lachen. Ähm, irgendwas mit H. Ähm, ah hier. H. Heinzelmann. Und da dachte ich noch, der heißt bestimmt Heinz mit Vornamen und der fand das auch nicht gerade so lustig und hat mich dann gleich aufgeklärt, dass er wohl Hendrik Heinzelmann heißt. Okay. Ja, ein komischer Name, aber auf jeden Fall ist mir das sehr geholfen. Vielen Dank an der Stelle. Das freut mich. Ja, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss. Manchmal lohnt sich so eine mühselige Recherchearbeit eben doch. Und jetzt werde ich erstmal eine Einwohnermeldeamt-Abfrage machen. Das kann bei diesem Namen ja nicht wirklich schwierig sein. Und dann werde ich diesem Herrn mal einen Besuch abstatten. Dank seiner Kontakte zum Einwohnermeldeamt kennt Rechtsanwalt Floristan Goedings bereits eine Dreiviertelstunde später die Adresse des Verdächtigen und stattet dem möglichen Strippenzieher hinter der Intrige umgehend einen Besuch ab. Ja, hallo, Rechtsanwalt Goedings. Ich stelle mich ganz kurz vor. Hallo. Wir kennen uns aber, oder? Sie erinnern sich das sicherlich an mich. Ja, klar. Ich habe das ein paar Fragen. Ich meine, wir können das natürlich auch gerne hier klären, ansonsten... Nee, nee, nee. Kommen Sie, kommen Sie noch rein. Ja? Kommen Sie noch rein. Gut. Ja, also das heißt, Sie erkennen mich also doch? Ja, Sie sind doch der Typ mit dem Anzug, wo ich aus Versehen Wasser rübergekippt habe. Ja, wenn Sie so wollen, ja. Dann wissen Sie aber auch, worum ich hier bin. Entschuldigung, ich dachte, das hätte sich erledigt. Das war immerhin nur Wasser gewesen. Nein, also, Herr Heinzelmann, das hat sich überhaupt nicht erledigt, ja? Das Ganze hat ganz weitreichende Konsequenzen gehabt von der ganzen Sache mit dem Wasser. Es wurden nämlich Fotos gemacht und das hat dann ihre Bahn, seine Bahn gezogen. Aber mit Fotos, ich weiß gar nicht genau, worauf ich es Ihnen auswolle. Also, Heinzelmann, ganz ehrlich, entweder Sie sagen mir jetzt das mit den Fotos und wer das war und wie das war, oder aber wir gehen zur Polizei, dann klären die das. Also, Rebecca muss mal selber wissen, was sie so tut, ja? In ihrer Freizeit, wenn sie ihre Ehe retten will. Ganz kurz, Herr Heinzelmann, woher kennen Sie den Namen meiner Mandantin? Ja, okay. Ich, ich habe mit Absicht Ihnen Wasser. Aber es ging es gekippt. Warum? Ja, weil sie mit der halben Stadt rumflirtet. Das geht mir auch im Sack. Also, ganz ehrlich, ich verstehe das Ganze nicht. Woher kennen Sie denn meine Mandantin, die Frau Lenhoff? Lenhoff? Ich denke, sie heißt Wittkamp. Naja, also, wir hatten halt ein paar Monate eine Affäre und dann hat sie halt vor zwei Wochen Schluss gemacht. Ich liebe sie halt immer noch. Und jetzt folgen Sie? Ja, ich weiß, das kommt ein bisschen Stalker-mäßig rüber. Aber ich kann es einfach nicht ertragen, wie sie die ganzen Männer einmal trifft. Deswegen bin ich ihr hinterhergelaufen und habe versucht, ihre Dates zu versauen. Und das soll ich Ihnen jetzt glauben? Also, das ist ein bisschen merkwürdig, ist das schon. Ich meine, jetzt mal unterstellt, ihre Geschichte wird das stimmen. Dann wäre das doch so, dass meine Mandantin sie doch wiedererkannt hätte im Restaurant, oder nicht? Ja, das ist ja gerade der Wahnsinn. Ich habe das jetzt schon öfter gemacht. Sie ignoriert mich einfach mittlerweile. Sie nimmt mich gar nicht mehr wahr. Ja, Heinzelmann, das soll ich Ihnen jetzt abnehmen, oder wie? Ja, klar. Also, meinen Sie doch Rebecca. Ja, das werde ich auch... Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Gut, Herr Heinzelmann, das werde ich auch tun. Ich werde die Rebecca mal befragen und dann melde ich mich gegebenenfalls bei Ihnen nochmal. Ich finde alleine raus. Danke schön. Danke auch. Also, wenn das wirklich stimmt, dass Frau Lenow eine Affäre mit dem Herrn Heinzelmann hatte, dann hätte sie mich darüber auf jeden Fall informiert. Ich bin wirklich gespannt, was sie dazu sagen wird und ich werde sie jetzt erst mal aufsuchen. Rebecca ist gerade im Begriff zu gehen, als Floristan Goedings in Friedrichshain eintrifft. Die 28-Jährige wohnt seit dem Streit mit Ehemann Marco, der ihr eine Affäre mit dem Anwalt unterstellt, bei ihrer besten Freundin und hat zu Hause nur noch ein paar Anziehsachen geholt. Hören Sie mal, wie ist denn die Stimmung bei Ihnen? Ach, hören Sie bloß auf. Es ist immer noch totale Eiszeit. Marco will gar nicht mehr mit mir reden. Ich meine, jetzt brüllt er wenigstens schon nicht mehr. Vielleicht muss ich das einfach positiv sehen. Naja gut, vielleicht regnet sich das Ganze auch nochmal ein. Auf jeden Fall habe ich Neuigkeiten für Sie. Und zwar habe ich mit diesem Kerl aus der Bar gesprochen. Ein gewisser Henrik Heinzelmann. Ach. So schnell haben Sie den ausfindig gemacht? Das ist ja Wahnsinn. Was hat er denn erzählt? Tja, der hat so einiges erzählt. Vor allen Dingen, naja, dass Sie beide eine Affäre hatten. Was hat er erzählt? Eine Affäre? Der spinnt doch wohl nicht. Der hat ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Tja, anscheinend mehr als zwei Monate sogar. Das ist alles erstunken und erlogen. Haben Sie dem das etwa abgenommen? Nein, das habe ich ihm natürlich nicht mit abgenommen. Also, es ist doch klar. Ich meine, sonst hätten Sie doch im Café was erzählt. Das kann doch nicht wahr sein. Ständig werden mir jetzt hier irgendwelche Affären unterstellt. Warum macht man denn sowas? Und schlauer als vorher sind wir jetzt auch nicht. Das stimmt nicht ganz. Dieser Henrik Heinzelmann, das ist wirklich eine Schlüsselfigur. Und zwar werde ich im Privatdetektiv anheuern. Denn es ist doch ganz klar, dass dieser Heinzelmann uns zu den Leuten führen kann, die hinter den Anschuldigungen stecken. Und dann schauen wir einfach mal, mit wem sich dieser Heinzelmann so abgibt. Und vielleicht führt er uns auch zum Strippentier. Ach Mann, das wäre echt zu schön, um Bad zu sein. Wissen Sie, die Sache, die geht mir echt an die Nieren. Paulina, jetzt halten Sie noch ein bisschen durch. Das haben wir fast geschafft. Ich melde mich dann, sobald ich was Neues habe. Okay, vielen Dank. Machen Sie es gut. Schönen Tag. Sie auch. Tschüss. Also, so langsam weiß ich echt nicht mehr, was mir geschieht. Das ist ständig eine neue Ohrfeige. Jetzt werden mir hier schon Dinge unterstellt, dass ich eine Affäre habe. Ich werde jetzt morgen, ich gebe Marco jetzt noch mal einen Tag Zeit und morgen werde ich dann noch mal mit ihm reden. Nach einer unruhigen und einsamen Nacht fasst sich Rebecca ein Herz und besucht ihren Mann am frühen Nachmittag auf der Arbeit. Die 28-Jährige will, dass der Schreiner endlich begreift, dass sie ihn niemals betrügen würde und sie erst recht keine Affäre mit ihrem Anwalt hat. Marco. Marco. Was willst du hier? Ich muss mit dir reden. Ich habe zu tun. Aber willst du denn gar nicht wissen, was ich dir zu sagen habe? Pass auf, das ist eine Werkstatt hier. Das ist gefährlich. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, komm hier nicht her. Ich bekomme Ärger vom Chef. Keine Angst, ich fasse schon nichts an. Außerdem bin ich eh schon verletzt genug. Marco, du musst mir glauben, das ist alles nur eine ganz böse Intrige gegen mich. Ich habe keine Zeit. Soll ich dich rausbegleiten? Auf gar keinen Fall. Du musst mir erst zuhören. Warum sollte ich in aller Öffentlichkeit mit meinem Anwalt rummachen? Das macht doch gar keinen Sinn. Das habe ich auch geglaubt. Aber mittlerweile... Wie will uns jemand mit allen Mitteln auseinanderbringen? Hör doch mal auf dein Herz. Du weißt doch, dass ich nicht so eine bin. Wir gehören doch zusammen. Weißt du was? Das dachte ich auch. Aber diese Flyer, diese Bilder. Ich habe das Gefühl, dass du mich nach Strich und Faden bescheißt. Das tut mir auch ganz doll leid. Aber ich habe mit diesen Anschuldigungen wirklich nichts zu tun. Ich war dir immer treu. Und ich werde dir auch immer treu sein. Weißt du noch, was vor vier Tagen war? Ja, unsere Hochzeit. Genau. Und was habe ich dir dort versprochen? Dass ich dir immer treu sein werde. Ich habe das nicht einfach so gesagt. Das war mein purer Ernst. Bitte, lass uns das gemeinsam durchstehen, Marco. Pass auf. Ich brauche einfach Zeit. Okay? Okay. Ich werde dir die Zeit geben. Ich komme vielleicht heute Abend dann nochmal vorbei. Und vielleicht möchtest du dann nochmal mit mir reden. Okay. Marco. Ja? Ich liebe dich. Vielleicht hat Rebecca ja recht und hat an den ganzen Sachen keine Schuld. Bei dem ganzen Durcheinander weiß ich gar nicht mehr, was ich glauben soll. Also ich wünschte einfach nur, dieser ganze Spuk wäre zu Ende. Rebecca lässt die Situation keine Ruhe. Ihre Ehe kann doch nicht nach nur zwei Tagen schon vor dem Aus stehen. Rebecca will noch einmal in Ruhe mit ihrer großen Liebe Marco sprechen und besucht ihn im neuen Zuhause. Sie hat die Hoffnung, dass sich alle Missverständnisse aufklären. Sie ahnt nicht, dass es gleich noch mehr Ärger geben wird. Marco. Was will der denn hier? Hey, Morsi. Ich habe ihm schon alles erzählt. Fass mich nicht an, ich kenne dich überhaupt nicht. Sag mal, wird es nicht langsam mal Zeit für die Wahrheit? Was denn für eine Wahrheit? Marco, das ist der Typ, der mir alles anhängen will. Du darfst dem nicht glauben. Schmeiß den raus. Pass auf, bei dir sind immer die anderen schuld. Wie meinst du das denn jetzt? Hey, jetzt pack doch endlich mal aus. Oder bin ich dir etwa peinlich? Was auspacken? Marco, der spinnt. Du darfst dem kein Wort glauben. Okay, warum hat er mir von der Mutter mal erzählt? Was denn für ein Mutter mal? Na, das, was du auf deiner rechten Poback hast. Das habe ich schon so oft gesehen. Marco, ich weiß nicht, woher der das weiß mit dem Mutter mal. Wirklich nicht. Ich erzähle dir die Wahrheit. Du musst mir glauben. Pass auf, was ich glaube und was nicht, das überlässt du mal schön mir. Ich habe mich informiert. Dadurch, dass du mich schon lange vor der Hochzeit betrogen hast, kann ich die Ehe annullieren lassen. Und das werde ich auch tun. Mann, jetzt lass uns doch mal bitte zusammen noch mal reden in Ruhe. Glaub mir, ich habe den Typen vorgestern das allererste Mal in meinem Leben gesehen. Das kannst du deinem Anwalt oder sonst für ihn erklären. Ich sage dir mal was. Ich will auch das Geld von dir für die Hochzeitskosten haben. Wir scheißen kannst du wie einander. Komm, Mausi, wir gehen jetzt erst. Ach, fass mich doch nicht an, du Freak. Ich kenne dich überhaupt nicht. Mausi. Warte doch. Mausi. Ich weiß langsam echt nicht mehr, was ich noch machen soll. Dieser Typ erzählt Marco irgendeinen Scheiß und der glaubt es dem auch noch. Was kann ich denn jetzt nur tun? How many times do I have to tell you? Even when you cry and you're beautiful too. Um herauszufinden, welches perfide Spiel Henrik Heinzelmann treibt, setzt Rebekkas Anwalt umgehend Privatdetektiv Ronny Bauer auf ihn. Floristan Göttings stößt nach seiner Arbeit in der Kanzlei dazu. Na, Wings. Ja? So. Und wie lange ist du denn schon da? Eine halbe Stunde bestimmt. Eine halbe Stunde und auf wen oder was wartet der denn? Also muss eine Person sein, der scheint auch schon ziemlich hektisch zu sein. Scheint sich zu verspäten, derjenige. Oh. Oh, deine Frau, das ist interessant, das müssen wir eigentlich fast mithören. Das können wir auch, ich habe alles dabei. Oh, das ist auch strafbar, ne? Naja, wir wollen ja Ergebnisse haben, ne? So sieht's aus. Zähl nach und dann heul nicht mehr rum. Ja, das muss man sein. Danke dir nochmal, dass alles so gut abgeleucht ist. Kein Problem. Also wenn irgendwas ist, ich muss ja wieder rein, das ist, aber Nummer hast du, wenn irgendwas ist, rufst du an, ja? Alles klar, ciao. Das war ja sehr aufschlussweig. Das würde ich meinen, soll ich ihm weiter folgen? Ne, ich glaube, das bringt nichts mehr, der ist fertig, der Typ A war. Bleib an der Frau dran, das ist noch interessant. Ja, dann gehe ich mal da rein und schaue mal, was ich rauskriege. Alles klar, dann lass uns telefonieren, ja? Bis später. Bis später. Also allem Anschein nach wurde der Heinzelmann gerade geschmiert und das alles, um meine Mandantin hinters Licht zu führen. Dann ist es aber erst sehr gut, dass ich hier Fotos gemacht habe und das Ganze jetzt auch beweisen kann. Und mit diesen Beweisen werde ich morgen zu Herrn Lennhof gehen und dafür sorgen, dass er sich das mit der Eheannullierung nochmal ganz genau überlegt. Florista Goedings will verhindern, dass die Ehe seiner Mandantin aufgrund einer Intrige in die Brüche geht und ihren Mann gleich am nächsten Morgen zur Vernunft. Zu seiner Überraschung ist der Jurist nicht der Einzige, der mit Marco etwas zu klären hat. Mann, Marco, was soll das alles? Ich will nicht mehr warten, ich will dich wieder an meiner Seite haben. Melina, vermiss dich. Ich möchte das alles nicht mehr, das war nie der Plan. Mann, das ist unfair. Bitte sei leise oder willst du, dass die Nachbarn irgendwas mitbekommen? Mann! Hau jetzt ab, ich melde mich bei dir, versprochen. Mach doch, was du willst. Herr Lennhof. Ja? Hallo. Ja, Rechtsanwalt Goedings, die kennt mich ja, ich bin der Anwalt. Ja. Ihrer Frau, ich wollte mich mal ganz kurz mit Ihnen unterhalten. Sagen Sie mal, wer war denn eigentlich diese Frau? Das war meine Innenarchitektin. Okay, ja, gut, die hat ja ein ganz schönes Temperament. Ja, Künstlerin halt, hat eine Menge Allüren, sollte eigentlich nur meine Möbel rücken. Ja gut, die lassen sich ja sehr ungern ins Handwerk reinpuschen. Das stimmt. Ich wollte mit Ihnen eigentlich mal über die Eheaufhebung sprechen. Und zwar hat mir meine Mandantin erzählt, dass Sie ja Streit hatten. Ja, Streit ist gut, ich bin extrem enttäuscht von Rebecca. Meinen Sie denn nicht, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, die Ehe noch zu retten? Nein, auf keinen Fall. Sie hatte lange vor unserer Hochzeit schon eine Affäre und ich habe sie geliebt, sie hat nur mit mir gespielt und gibt es keine Chance mehr. Na ja, dann ist es wohl besser, dass Sie das früher erfahren als erst ein paar Jahre. Ja, das stimmt. Ich wollte eigentlich auch nur mitteilen, dass meine Mandantin gegen eine Eheaufhebung auch nichts einzuwenden hat. Na, das sind doch mal gute Nachrichten. Na, ich denke auch, da sparen Sie sich doch eine Menge Ärger. Gut, dann, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Sie werden dann ziemlich bald voneinander hören. Machen Sie es ganz gut. Herr Lennow, tschüss. Tschüss. Eigentlich wollte ich Herrn Lennow die Sache mit der Eheaufhebung ausreden, aber er hat mich angelogen, als er mir die Frau aus dem Nachtclub als seine Innenarchitektin vorgestellt hat. Das heißt für mich natürlich auch, dass er ganz alleine für die Sache verantwortlich ist. Und genau deswegen ende ich jetzt meine Strategie und werde ihn nicht mehr aus den Augen lassen. Und natürlich muss ich meine Mandantin informieren. In Berlin kämpft Rechtsanwalt Floristan Gödings um die Wahrheit. Seiner Mandantin Rebecca Lennow wird von ihrem frischgebackenen Gatten Marco eine Affäre unterstellt. Und nun will dieser die Ehe annullieren lassen. In Wahrheit ist es jedoch Marco, der offenbar ein Geheimnis hat. Und genau diesem Geheimnis ist der Jurist jetzt auf der Spur. Wer trifft er denn da? Oh, ein Kind. Tja. Der verarscht mich doch. Dieses Schwein verarscht mich. Aber damit wird er nicht davon kommen. Warten Sie ganz kurz. Wir müssen erstmal abwarten, was er da genau macht. Den lassen wir auf gar keinen Fall davon kommen. Wer ist sie denn? Das ist die Frau aus dem Nachtclub. Die sieht aber nicht aus wie eine Innenarchitekte. Ach, das ist die Hölle für mich. Und guck doch mal, Melina, die hat sich so gefreut, dich wiederzusehen. Und schließlich bist du ja irgendwie ihr Vater geworden. Nicht mehr lange und wir sind eine Familie. Ich fass es nicht. Marco! Marco, du Arschloch! Was soll der Scheiß hier? Von wegen ich hab dich verarscht. Du hast mich verarscht. Was soll der Scheiß? Ich fass es nicht. Rebecca, was machst du hier für einen Aufstand? Du hast mich betrogen. Mit diesem Hendrik. Spinst. Apropos Hendrik. Ja, das sieht doch ganz anders aus. Und zwar ist es doch so, dass ich Sie gestern gesehen hab, wie Sie dem Hendrik einen nicht unbeträchtlichen Geldbetrag übergeben haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Oh, da helfe ich Ihnen gerne auf die Sprünge. Ich hab nämlich Fotos von der Übergabe gemacht. Herr Lenhoff, ich sag's Ihnen ganz klar, ja? Hier ist die Übergabe ganz gut zu sehen. Ich kann Ihnen hier nur empfehlen, packen Sie endlich mal aus und sagen Sie, wie es aussieht. Das hilft weiter. Alles andere nicht. Jetzt erzähl doch mal, komm! Rebecca, pass auf. Fass mich nicht an! Meine Mutter hätte mir das Haus nur von meiner Oma vermacht, wenn ich eine anständige Frau geheiratet hätte. Du weißt ja, wie sie ist. Die hat alle meine Freundinnen gehasst. Und das war die einzige Möglichkeit, an das Haus ranzukommen. Ich fass es nicht. Also wolltest du nur das Haus abstauben und mich danach loswerden? Rebecca, meine Mutter hätte Tanja niemals akzeptiert. Sie hat ein Kind, arbeitet in einem Nachtclub. Das passt nicht in ihr Bild von richtiger Schwiegertochter. Tja, da muss ich mal festhalten. Also Sie haben es tatsächlich geschafft, ja, dass Sie meine Mandantin über den Tisch ziehen, damit Sie Ihre eigene Mutter über den Tisch ziehen können. Respekt, ja? Also dazu gehört wirklich eine große Portion Dreistigkeit. Marco, du bist für mich gestorben. Du bist das Allerletzte. Du weißt genau, ich hätte für dich alles getan. Ich hab dich geliebt. Ich hab alles. Ich hätte alle Bäume für dich ausgerissen. Und dann sowas. Komm, hau ab! Das ist für meine Mandantin natürlich ein ganz harter Schlag. Nicht nur ihr Vertrauen, vor allen Dingen ihre Liebe wurden schonungslos ausgenutzt. Und ich hoffe wirklich, dass sie sich von dieser Enttäuschung erholen kann. Jedenfalls wird die Ehe so schnell wie möglich aufgehoben. Dafür werde ich sorgen. Drei Wochen nach dem schockierenden Eheaus konnte Rebecca in ihre alte Wohnung zurückziehen und hat mit Freundin Jule ihre restlichen Sachen bei ihrem Ex abgeholt. Mit dem heutigen Umzug will die 28-Jährige das Kapitel Marco endgültig hinter sich lassen. Dann auf dich und dein Leben ohne Marco. Ich freu mich schon total darauf. Und der Anwalt hat sogar gesagt, dass ich nicht mal vor Gericht dabei sein muss. Das klärt er ganz alleine. Ach, super. Ja. Dann läuft das jetzt alles mit der Scheidung, ja? Noch besser. Nicht. Er wird die Ehe annulieren, ich werde die Ehe annulieren. Ich hab schön den Spieß umgedreht. Super. Also wenn du jetzt quasi nochmal heiraten würdest, dann wäre das deine erste Ehe. Ja, theoretisch schon, aber ich hab erstmal die Schnauze voll davon. Erwartest du im Such? Eigentlich nicht. Bis jetzt kennen nur wenige Rebeccas neue Adresse. Umso überraschter ist sie, dass es sich bei dem unangemeldeten Besuch um ihre Ex-Schwiegermutter Iris handelt. Ich hab mich auch entschlossen, die Schenkung des Hauses rückgängig zu machen, ne? Du, ich bin so enttäuscht von dem Jungen, verstehst du? Du, sorry, dass ich jetzt lache. Das soll ja auch absolut nicht fies klingen oder so, aber das ist schon eine kleine Genugtuung für mich. Ich versteh schon, weißt du. Aber im Nachhinein muss ich dir doch noch was sagen. Du, ich hätte dich wirklich wahnsinnig gern als meine Schwiegertochter gehabt, ne? Du bist schon eine starke Frau und tough dazu. Also das muss ich wirklich zugeben. Iris, danke für die netten Worte. Und wenn du mal irgendwie Hilfe brauchst oder einfach Sorgen hast oder nur einen Kaffee trinken gehen möchtest, du kannst dich gern bei mir melden. Meinst du, herzlich gern. Ich hab deine Zeit jetzt genug in Anspruch genommen. Ihr habt ja noch viel vor. Nochmal vielen Dank, ne? Ich bring dich noch zur Tür. Ja, danke. Ich finde das echt eine starke Geste von Iris. Hat mich echt gerührt. Und wenn sie Hilfe braucht bei der Rücknahme der Hausschenkung, ich gerne einen guten Anwand. Während sich Rebecca einen Monat später über die Eheannulierung freuen kann, wurden Marco und Tanja wegen Verleumdung zu jeweils 1200 Euro Geldstrafe verurteilt.